Da ist das sogenannte erste Gebot, das da heißt, ich bin der Herr, dein Gott. Du gehörst mir, nee, ich gehöre dir, weil das heißt ja dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir, heißt da hier. Das Gott, das noch in der Sollstellung wohl Tipps vermittelt, also befiehlt. Und Johannes-Evangelium heißt Gott gleich Wort. So ist denn, was hier deutet es, jedoch im Soll und Herrlichem verdeutet es, heißt im deutlich Deutschen, echt Deutsch, ich, ich das Wort. Gott, Gott ist das Wort. Gott ist das Wort. So jemand neben dem Wort, andere neben dem Wort, das deutlich im Namen heißt ist, andere Bedeutungen diesem Wort gibt, dann vergeht dieser Mensch sich quasi an diesem ersten Gebot, ich bin das Wort, ich, das Wort ist Gott, das im Namen deutlich heißt ist. So diesem deutlichen Namen, andere Bedeutungen angedichtet ist, ist Name vernamt, ist heißen verheißen, dann verbrennt Seele im Geistlichen. Tschüss.